Mit heller LED-Arbeitsscheinwerfern können Sie schnell und einfach die Lichtperformance an Ihrem Traktor hervorragend optimieren. Die tageslichtähnliche Ausleuchtung sorgt für Lichtbedingungen, die sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten unterstützen. In diesem Beispiel beträgt der gemessene Verbrauchswert im realen Betrieb 60,9 Ampere mit herkömmlichen Halogen-Arbeitsscheinwerfern. Nach der Umrüstung auf heller LED-Arbeitsscheinwerfer liegt der Verbrauch nur noch bei 41,4 Ampere, bei gleichzeitig deutlich höherer Lichtleistung. Am gängigen Traktormodell Massey Ferguson tauschen wir folgende Arbeitsscheinwerfer. Jeweils 2x Ultrabeam LED für weitreichende Ausleuchtung, Modul 90 LED und Q90 LED für Nahfeldausleuchtung. Zusätzlich werden noch die Standard-Kennleuchten durch rota LED-Kennleuchten ersetzt. Passend zur Einbausituation bieten wir Befestigungszubehör für die jeweiligen Arbeitsscheinwerfer-Serien. Vor dem Umbau ist das System spannungsfrei zu schalten, d.h. Zündung aus und entsprechende Sicherungen entfernen. Exemplarisch zeigen wir hier den Umbau der Arbeitsscheinwerfer Modul 90 LED am Kotflügel. Lösen Sie zunächst die bestehende Steckverbindung am Scheinwerfer und kontrollieren Sie den Anschluss auf Beschädigungen. Demontieren Sie dann sowohl den Scheinwerfer als auch die Halterung. In diesem Fall muss das Bohrloch der Anbauposition noch auf die neue Schraubengröße der mitgelieferten Halterung angepasst werden. Jetzt kann die neue Halterung problemlos montiert werden. Für das Modul 90 LED mit Deutsch-DT-Steckverbindung wird mittels der heller Krimp-Zange der neue Anschluss staub- und wasserdicht hergestellt. Sehen Sie hierzu auch das Video Krimp-Werkzeug Deutsch-DT-Stecker. Montieren Sie nun den Modul 90 LED Arbeitsscheinwerfer und verbinden Sie ihn mit der gerade angefertigten Steckverbindung. Führen Sie diese Arbeitsschritte analog bei der weiteren Umrüstung durch. In dieser Fahrzeugumrüstung werden am Kabinendach hinten die Heller Ultrabeam LED sowie im seitlichen Einstiegsbereich der Fahrerkabine die Heller Q90 LED Arbeitsscheinwerfer montiert. Der Arbeitsscheinwerfer Q90 wird mittels einer SuperSeal-Steckverbindung mit der bereits vorhandenen Verkabelung kontaktiert. Sehen Sie hierzu auch das Video Krimp-Werkzeug SuperSeal. Die wartungsfreie Kennleuchte Rota LED kann unter Berücksichtigung der Anbauhöhe einfach als Plug-and-Play ausgetauscht werden. Nach Abschluss der Montagearbeiten sollten die elektrischen und lichttechnischen Funktionen und Vorgaben geprüft werden. Das Ergebnis nach der erfolgreichen Umrüstung auf heller LED-Arbeitsscheinwerfer und optimaler Einstellung der Neigungswinkel zeigt eine enorme Verbesserung der Lichtleistung. Im hinteren Bereich ist eine sehr homogene und übergangslose Ausleuchtung gegeben. Außerdem ist die sehr gute Ausleuchtung im seitlichen Bereich zu sehen, die gerade bei Wendemanövern, zum Beispiel Kopplung von Aggregaten und schwierigen Geländesituationen, die Sicht und Sicherheit erhöht.